So, ich brauche aber mehr Stärke. Ich müsste mal Stärke lernen, damit ich die Armbrust benutzen kann. Schauen wir mal, ob ich die von unten nach oben platt machen kann. Wie viele habe ich eigentlich? Nein, 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 nein. Oh Gott, besser. Wie sieht das denn aus? Alter, jetzt habe ich so ein Vieh auf dem Kopf. Oh Mann. Echt jetzt? Den nicht gefällt. Denk ich mir auch abends so. Weißt du, ich bin nur nach unten gelaufen und habe gleichzeitig wieder die Falle ausgelöst. Ich habe nicht gewusst, dass das so passiert. Scheiße, wenn die Dinger wieder auslösen. Ja, super. Erstmal wieder hin auf ihn, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Wow. Probierst du das mal mit dem netten Kerl hier. Äh, die Qualle war glaube ich am besten. Mit welcher Qualle? Ich kann hier jemanden rufen? Na komm, mache ich zum Nullfall gleich. Kannst du jemanden rufen, ja? Ah, da kommt mir immer noch hinterher. Ja. Boah. Nee. Boah. Ja, klar. Alter. Ja, heftig. Hm. Hm. Jaja. Böke. Warte. 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 Du hast es einfach hier. Farte. Ah, jetzt springt der so. Erstmal wieder das Moveset klarkommt. Das ist so übertrieben, was der macht. Alter, ich komme nicht ausgewichen. Dann darf ich auch mal angreifen. Ich hasse diesen Boss, weil man nicht angreifen kann. Der macht 15 Atmen hintereinander und du musst immer ausweichen, nur ausweichen. Du willst irgendwie angreifen, du willst einfach nur angreifen und kannst es nicht. Ich habe es gerade hier gesehen. Zack. Kann hier jemanden rufen, oder wie? Dass jemanden rufen. Oh, ein Schmiedestein, das ist gut. Kann ich meine Waffe verbessern? Hast du dir eigentlich mal geguckt, was für dich als, für deine Klasse am besten ist bei dem Spiel? Habe ich schon nicht geguckt. Ich auch noch nicht. Wird man das mal gucken? Nein, er schobst mich runter. Er schobst mich einfach den Abgrund runter. So, wenn ich noch ein Ei grüße, das ist. Äh, ja super. Ey, ich bekomme den einfach nicht down. Weil der so viele Attacken macht. Also, wenn ich den hole, bekommt er immer 15% mehr. Du kommst einfach nicht hier an dem ersten Fros vorbei. Du kommst nicht an dem Berg Fros vorbei. Nee. Okay. Ist doch irgendwie mies. Der haut aber auch ein Damage raus. Das dürfte mich doch jetzt gar nicht vorbei sein. Ich kann mich sehen mehr. Ah, ich dachte, jetzt könnte ich angreifen. Wie der mich aber auch immer dann abfasst. Ich kann einen Schlag, kann ich wieder machen. Glaub ich den Blatt, den Blatt, den Blatt. Nein, grünen oder so. Will ich mich jetzt wirklich mit dem da oben anlegen? Bitte. Ey, jetzt. Der war's, wenn ich den jetzt töte, den Großen. Ich hatte ein letztes Mal fast einmal geschafft. Diese Dreifach-Attacke, das ist so. Das kann doch nicht wahr sein. Guckt euch das doch mal an, wie vier Attacke mehr machen. Ich hab kein Leben mehr. Was ist das denn? Das weiß ich nicht, was das ist. Ja, ich weiß, dass ich später noch schlimmer will kommen, aber dass ich den ersten Boss nicht schaffe, das deprimiert mich einfach. Das deprimiert mich so hart. Und ich weiß auch nicht, was ich noch dagegen machen soll. Kannst du dir auch nicht sagen. Da kann ich dir auch nicht wirklich helfen. Ey, und der hat eine Reichweite. Du denkst nicht, dass er an dich rankommt, aber er ist einfach schon an dir dran. Ja, ich weiß nicht, dass er nicht so ist, dass er nicht so ist, dass er nicht so ist. Ich bin doch ausgewichen. Du weichst einfach aus und trotzdem wirst du erwischt. Das ist so. Das ist zweimal ausgewichen, zweimal getroffen worden. Oh, der weich... Ey, wann soll ich denn mal zuschlagen? Das kann ich dir nicht sagen, wenn du zuschlagen sollst. Dann, wann du kannst. Wenn ich zu ihm zu nahe komme, komme ich nur noch einen Schlag nach dem nächsten ab. Okay. Ey. Okay. Diese dreifach-fünffach-Schläge, die sind so heftig. Ich habe ein letztes Mal, ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, fast auf null hinbekommen. Und jetzt bekomme ich es doch schon mal auf Hälfte. Ich habe ausweichen gedrückt. Ich habe ausweichen. 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 Ich habe ausweichen. 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 Die. Level 22. Ich bin doch zu laut. Müsste ich eigentlich schon leveln? Das ist ein Scheiß. Meine guten Seelen. Ach Mann. Dieses, dass er danach nochmal und dann direkt weg springt. Ich glaube, ich lass den Großen in Ruhe. Der ist noch einfach. Ich krieg den nie. Der ist easy irgendwann. Irgendwann, ja. Ich krieg den aber momentan noch nicht. Alter, ich komm nicht weg von ihm. Ich komm nicht weg. Bisschen leveln, 40 ungefähr, dann solltest du es. Das ist leveln, 120, 140 und ich muss level 40 für ihn sein. Nein. Aber wo soll ich denn dann noch hin? Ich bin ja hier... Ich weiß ja nicht, wo ich noch hingehen soll. Ich hab glaube ich hier jetzt alles bereist. Ich bin auch hier hinten schon entlang. Na, hier unten war ich glaube ich noch nicht. Hier runter bin ich auch noch nicht. Du musst halt an. Was darfst du denn machen? Ich erkunde wahrscheinlich. Dann gucke ich mal hier runter. Da hatte ich auch noch eine Höhle, wenn ich mich nicht irre. Die ich noch nicht... Wo ich mich noch nicht am Anfang hingetraut habe. Also... Die war... Hier glaube ich. Oder war das die hier? Ich glaube hier war es. Ist vorm Margret? Okay. Ich bin ja hier drauf. Okay, ich bin ja hier drauf. Okay. erst mal hier trennen hier was hier ging es runter das hatte jetzt schon nicht hier gehabt immer weg laufen was hast du mal in die mitte zum feuer gehen wasser mitte zum feuer beim wasser meins denkst du mal hier das meinst du ja oder dann sofort weg rennen also ich soll hier hin rennen und dann sofort wieder so die oder die wahrscheinlich dahin und dann schnell wieder weg dann gucken wir uns das mal an mal gucken was ach da oh da war ich doch gar nicht da war er doch gar nicht nee ich bin hier schon immer rumgelaufen aber ich hab das nicht gesehen das große Lagerfeuer da gibt es ein großes Lagerfeuer ah ok jetzt verstehe ich was du meinst ok äh der ist bestimmt so Level 100 dann kann ich den schaffen ich gehe da mal woanders da alter ist das jetzt weiß ich auch warum das hier verbrannt jetzt weiß ich auch warum das hier verbrannt ok ok die Massen macht das hier aus oder wie ja da kommt noch eine die sind so dunkel da hinten in der Ecke ist noch einer ja sicher der schreit wieder vor dem drachen was ist denn hier unten ich hatte Glück gehabt dass der drachen mich nicht angegriffen hat oder ja werke es nicht ja alle voraus ja sicher vorsicht Heimgang überhaupt nicht übertrieben also ich krieg diesen riesen gar nicht platt ne 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 hey wer bist du denn wie soll ich das wissen ey ich will Status haben ich will jetzt wissen wo wir hinkommen mal gucken spielst du irgendwie in die Truhe rein für zwölf ja ok vielleicht brauchst du noch ein paar Level ach ich brauch noch ein paar Level na dann ja ich hab ja jetzt auch gelernt Level 40 ist es so ungefähr ganz oben kommt ein Boss und der ist so mit Level 40 sagt der Dusty so beim ersten One wenn man nicht so gut ist na gell wenn man nicht so gut ist wird sich doch immer so schöner oh runter und dass ich auch so viel Schaden hier mach jo was kommt da jetzt noch das weiß ich nicht Prost hey das ist wirklich heftig hier ich glaub da sollte ich noch nicht hingehen warum da hast du manchmal noch zu wenig Damage das sind Gegner die etwas sehr viel aushalten echt ja etwas sehr viel aber ich muss sagen ich hab mich gegen den einen gut geschlagen wenn der zweite nicht gekommen aber ich würd mal kurz sagen ich mach ne kurze Pause weil ich auf die Torilette achso ich komm hier nicht mehr raus soll ich mich verarschen ich komm doch hier raus achso okay das wird sehr witzig ich glaub ich bin wünschen es ist doch ne Falle meinst du äh das hier das könnte ein langer Abend in der Mine werden ja und die Gegner sind doch etwas sehr viel stärker und darf ich nicht zurückporten aber ich mach jetzt ne kurze Pause ja weil ich muss mal kurz wohin können wir gleich drüber reden okay ich weiß halt nicht soll ich mit dem müssen wir umgehen oder mit dem das Ding braucht Erke und Fündigkeit benötigte Stärke benötigte Geschwindigkeit das braucht beides nicht das braucht Geschwindigkeit oder das braucht noch nicht so was hilft mir das Oh, jetzt hab ich nur noch ein... Oh, schade, okay. Oh, damit komm ich schon mal gut, wenn es gut reicht. Ach ja, mit dem Händlack. Warte, nicht du... Well, du bist zurück. Willst du etwas kaufen? Oh, mein Gott. Vielleicht musst du das nicht hören, aber siehst, dass kein Schmerz kommt zu meinem Kinn. Wir haben eine sagen, wir Wanderers. Lament nicht deine Solitude. Expect keine Sympathie. Aber, wenn jemand da ist, das ist unser Kalt. So, es ist so, wie wir sind. Äh, jetzt kann ich schon kaufen. Löschen. Okay. Okay. Ja, ich weiß. Das ist so, wie wir sind. Goodbye. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und ja... Ich hab dich doch gewahrt, wie blödes Wildschwein. Ja. 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 Ein bisschen blind. Ja. 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 Wo gehen wir denn jetzt? Nächstes Land. Nur bis hier Sonne. Was bist du denn für einer? Ja, ihr da. Okay, ich glaube. Nein. Konnte ich nicht irgendwie ein Reitier anpfeifen? Die Tastordnung nicht komplett. Hat das bei jedem Stamm? Dann muss ich das erste ausrüsten. Das kann man deswegen brauchen. Okay. 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 So. 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 So.